Hallo Ja gut Hab ich gesagt, dass ich irgendwas zu verschenken hab? Ja gut, das steht da oben, aber Gut Freunde, so ist es auch, denn ich habe für euch eine kleine, aber feine Ankündigung zu machen Ich weiß ganz genau, dass ich damit wahrscheinlich der 27.340. Das ist der YouTuber, wenn der diese Karten verlost, aber hey, ich meine ich habe sie zugeschickt bekommen Also würd ich dir auch gerne loswerden Und zwar Freunde, habe ich hier zwei, nein nicht ein, sondern zwei Karten für den Videoday 2014 in Köln Am 15.8. und 16.8. jeweils ab 10 Uhr Und meine Freunde, natürlich bin ich auch vor Ort Und ja, ihr dürft mich mit Sachen bewerfen, wenn ihr wollt Sogar mit harten Steinen und scharfen Gegenständen, da freue ich mich drauf Nein, Spaß bei Seite meine Freunde Ich würde diese beiden Karten gerne an euch loswerden Und natürlich gehe ich jetzt hier einfach hin und sage Hier, die gebe ich dir jetzt und du gehst mir 20 Euro dafür Nein, die werden von mir Als gutherziger und wohltätiger Mensch Verlost Und ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit Da eine dieser beiden Karten mit nach Hause zu nehmen Und, ne gar nicht, eine der beiden Karten ist gelogen Ich verlose direkt beide Karten an eine Person Denn es ist ja Blödsinn, wenn ich jetzt eine Karte nach Bayern schicke Und Person X aus Bayern nicht kommen kann, weil sie S14 ist Und Person Y in Thüringen das gleiche Problem hat Deshalb gehen diese beiden Karten im Doppelpack raus Und ja, da habe ich jetzt für euch eine kleine, aber feine Aufgabe Ich weiß ja, dass ihr alle unglaublich musikalisch und lyrisch begabt seid Und ich würde euch bitten, kurz einen Achtzeiler Also Achtzeilen, ja Acht Reimer zu schreiben In die Kommentare, in Gedichtsform Warum gerade ihr anwert, wie sie Karten seid Lediglich ist es natürlich erlaubt, mich da in diesem wunderschönen Gedicht zu beleidigen Und sonstige Sachen Da freue ich mich immer unheimlich drüber Ey, blöden Missgeburten Und, ähm, ja, ich würde sagen Lasst der Kreativität freien Lauf Die Feder des Wissens wird euch führen Und, äh, euch dann irgendwann die Möglichkeit geben Diese beiden Karten mit nach Hause zu nehmen Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch Wie gesagt, lasst euch nicht entgehen Ich habe einen Tätowierstift dabei Und würde jedem von euch gerne meinen Namen ins Gesicht tätowieren mit diesem Stift Und deshalb müsst ihr unbedingt diese beiden Karten für den Videoday jetzt bei mir gewinnen Ja Also Freunde, schreibt mir ein kurz Gedicht in die Kommentare aus Achtzeilen bestehend Warum gerade ihr diese Karten haben wollt Lasst einen Daumen hoch auf das Video da Ich gehe natürlich auf den Kanal und überprüfe das dann, ob das alles geklappt hat Und, ähm, ja, dann freue ich mich, euch am Videoday zu treffen Gamescom bin ich übrigens auch Aber dazu kommt noch ein Ankündigungsvideo Also meine Freunde, haut da rein Das war's von diesem wunderschönen Gewinnspielvideo Und ich lasse euch jetzt noch zwei Minuten mit der Wand treten Auf Wiedersehen, tschüss Das wäre ich natürlich nicht Das wäre ich natürlich nicht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal